Ich habe eine Produktion sieben Kilometer weiter, einen Most bauen und diese Ressourcen nutzen wir und brauchen jetzt nichts Neues auf grüne Wiese bauen. Hallo, ich bin der Leitner Peter und ich mache das weiße Cola aus dem Müllviertel, das sogenannte Bädercola. Als Koch war für mich immer die Herausforderung, regionale Kräuter zu verwenden und in meine Gerichte einzubauen. Und aus dieser Philosophie ist dann eigentlich entstanden, ein regionales Cola-Aroma zu entwickeln. Ich bin auf die Eberraute gestoßen, das ist dieses schöne Kraut hier, das ist eben ein Wermutgewächs. Wenn man drüber streicht und so dran riecht, ist das wirklich sehr, sehr intensiv nach Cola. Ich habe dann angefangen zu experimentieren, es hat kein Koffein, es ist hell, weil eben keine Farbstoffe drin sind und eben auch keine Cola-Nuss. Und aus dem Ganzen ist dann sozusagen das Bädercola entstanden. Ich kann jetzt einmal von mir reden, aber ich denke, das ist vielleicht ein guter Tipp auch, dass man sagt, man schaut einmal, was hat noch bestehende Ressourcen. Sagen kann man eine neue Funktion aus was machen und einfach überlegen, muss ich das jetzt wirklich wegschmeißen oder nicht. Und ich denke, jedes Ding, was länger lebt, muss nicht neu produziert werden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz für Nachhaltigkeit. Und... Bis zum nächsten Mal.